Hallo, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Wir sind gut, wir sind hier bei NAMM 2013. Wir zeigen einige sehr spannende neue Anrufe. Die große Sache ist, dass wir ein Multi-Unit-Support für Apollo erzeugen. Letztes Jahr haben wir Apollo erzeugt. Es war nur ein Single-Unit auf Mac. Wir haben die Möglichkeit, zwei Apollos per System auf Mac oder PC. Firewire oder Thunderbolt. So, ihr habt wirklich die Möglichkeit, zu scale-up, mehr I.O., mehr DSP für Tracking, mehr Mixing oder Editing. Und so, die Kunden sind sehr froh, weil sie uns für mehr. Sie brauchen mehr Inputs oder Outputs. Sie wollen mehr zu ihrer Studio. Vielleicht wollen sie es zu einem Konsole oder Summing-Amp. Jetzt gibt es 16 Analog In- und Aus, 8 Mic-Pres, Tonnen von Digital I.O., und ihr bekommt die Headphone und die Monitoring-Workflöse. So, hier ist ein Beispiel auf dem Platz. Wir zeigen uns zwei Units zusammenarbeiten, mit verschiedenen Artikeln, mit kein Latency, mit UAD-Plug-Ins. So, was macht Apollo great? Times 2. So, die Leute sind sehr froh. Vielen Dank, Leif. Vielen Dank. Awesome. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.